Ja Leute, also willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Im letzten Part hatten wir schon drei Gelegenheiten, das legendäre Boreos zu fangen. Und es hat uns auch wieder mal gezeigt, wir sollten nicht immer irgendwie einen Schutz haben. Also jetzt versuche ich es nochmal und jetzt wird es wahrscheinlich nicht klappen. So, Blau-Cups auf Level 49, oh mein Gott. Also auch die wilden Pokémon werden stärker, also könnt euch da noch die restlichen Teammitglieder schnappen, wenn ihr keine habt. Ne, ich trage noch wieder Schutz auf, also es war wahrscheinlich nur ein Zufall im letzten Part. Ich bin gerade immer noch am grübeln, ob ich Boreos mit dem Flottball fangen soll. Oder nicht? Und ich glaube hier in der Nähe gibt es den letzten Weißen, weil hier kann man endlich, ähm... Wie nennt es sich Kaskade einsetzen? Es wäre mal schön, wenn das Ei endlich schlüpft. Oder das Pokémon endlich schlüpft. Oder, ja, das Ei aufbricht. Komm aus dem Ei hervorgebrochen. Weil wie lange tragen wir es schon mit uns rum? Also wir sind durch eine ganze Höhle mit dem Ding. Es sind schon einiges gelaufen, aber es scheint anscheinend noch nicht zu akzeptieren, dass es irgendwann mal rauskommen soll. Wäre langsam schön, weil das Problem ist, aber wir brauchen uns hier einen Pichirat X dafür und den hab ich nicht im Team aktuell. Ja, wer jetzt... Der muss ich halt erst später was beantworten. Der muss warten. Geil, du, 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 du... Warum sagen die immer was mit Erinnerungen? Ich verstehe es nicht. Also ich hoffe, ich habe das so richtig übersetzt, weil ich weiß halt nicht, was Edge momentan heißt. Ich glaube, das heißt, ähm... Ähm, also was ähnliches wie Malen oder... Ich kenne... Ich kenne den Begriff. Edge. Also nicht, ähm, der Rand, sondern... Halt Edge. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es echt nicht. Pokémon ablegen. Da legen wir jetzt mal geschwind. Wen brauchen wir nicht? Ja, Zebra wird's kommen. Und mitnehmen tun wir... Ähm, das Ziel Pichiralf X. Kann es sein, dass wir den dabei haben? Ach, der ist sogar an unserer Party. Okay. Unnötig. Entschuldigung. Aber wann stüpft das Ei aus? Ich will es wissen. Mein Ei bricht. Da steht... Das wird er wohl schlüpfen und das wird sich auch noch lange dauern. Oh. Macht mir keine falschen Hoffnungen, Leute. So, jetzt überprüfe ich nochmal beide Routen, weil ich ja so toll bin. Und dieses Pokémon ja... Aber wenn man ihm so oft begegnen, kann ich ihm ja schon mal einmal Damage zufügen. Also... Ehrlich. Das ist jetzt nicht... Wo können wir aktuell einen Sturm finden? Nö. Also da nicht. Ne, ich füge mir mal Schaden zu und dann können wir mal schauen, wie ich das dann in Hand habe. Übrigens, speichern bringt nichts, wenn man... Oder... Ja, man kann schon speichern, aber... Es bringt nichts, wenn man dann ausschaltet. Auch schon wieder irgendwelche Hunde ohne Besitzer, die hier rumheulen. Ja, ne, was ich sagen wollte, es bringt nichts zu speichern, sollte man gegen ein Wander-Pokémon, wenn ein Wander-Pokémon abhaut, dass man dann das System neu startet. Ne, das Spiel regeneriert oder generiert dann ein neues Wetter. Also es bringt euch absolut gar nichts, denn wir wollten ja dann nach oben laufen. Und nach oben. Okay. Jetzt hoffe ich aber aktuell, Sieht die Fitcher-Wife-X nicht vorne. Oh doch. Ich hab das schon wieder vergessen. Dann setzen wir mal geschwind, was könnte nicht wirken? Na, Schweif, oh bitte. Kill's nicht. Nein, oh nein, oh, ach du Schreck. Hey Leute, wisst ihr was? Das Ding ist mir jetzt sowas von scheißegal. Ich mach jetzt folgendes. Ich werd Boreos aus meiner Pokémon schwarz hierher übertragen, beziehungsweise ich werd ein Boreos von Luca beziehen, weil ich möchte mein Spiel nicht austauschen, weil das ist jetzt... Da sind wir mal nicht zu schwach, da sind wir mal nicht zu stark, und trotzdem... Ja, ich muss mir einen Ersatz-Boreos holen, weil es ist nämlich so, wenn man ein legendäres Pokémon nochmal neu begegnen möchte, dann muss man ein... Wie nennt es sich's... Da muss man das Rematch gegen die Pokémon-Liga machen. Und das mach ich erst später, beziehungsweise wir können Demeteros dann auch erst am Ende fangen, aber das möchte ich nicht, nein! Komplizierte Welt, was? Ja, spricht Französisch, können wir nicht verstehen. Ja, da wär's dann doch besser gewesen, den Master Ball zu werfen. Warum hab ich jetzt Ziel-Pitcherife-X vorne? Ah, da ist was falsch. Jetzt vor lauter Aufregung. Was ist nämlich so, wir brauchen Boreos und Voltholos im Team, um dann schlussendlich das Letzte im Bunde zu fangen. Also Demeteros, den gibt's nämlich als Nicht-Wander-Pokémon zu fangen. Oh, Gott sei Dank gibt's das nicht als Wander-Pokémon zu fangen, sondern als ganz normales, irgendwo auftreffbare Pokémon. So, ich kann Französisch nicht übersetzen, daher ist es jetzt vollkommen egal. Wir müssen da auf jeden Fall noch hoch, weil ich glaube, da geht's zum letzten Weißen. Und den müssen wir auch noch inhaftieren. Beziehungsweise, wir können ja mal die... Oh, der kommt noch so, jetzt kann ich wieder Top-Schutz auftragen, weil... Oh, was für ein Missgeschick, Leute. Ich könnte auch richtig sauer sein. Ich werde's auch dann so machen, ich werde... Boreos ge... Willst du mich flüchten lassen? Ähm, ich, ähm, werde Boreos erst ab bei dem Moment übertragen, wo wir's dann wirklich brauchen. Ähm, weil... Ich möchte's nicht schon im Voraus drin haben. Voltolos muss auf jeden Fall noch, äh, weggetauscht werden. Ja, aber genau das sind die Momente. Genau wegen solchen Momenten kommen wir nicht voran, weil ich mich die ganze Zeit überlege, wie wir das machen. Ja, das ist jetzt... Wo hab ich denn das letzte Mal gespeichert? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab doch aus Versehen mal gespeichert. Aus Verzweiflung. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh, da geht's sogar noch nach unten. Hab ich nicht... Ach, ich muss noch Kaskade jemandem beibringen. Oh, Gott. Schlimm. Furchtbar. Ähm, Kaskade. Hat sogar Stärke 80. Hauptsache, wir kriegen hier erstmal die erste... Die erste Route fertig. Das ist jetzt momentan das Wichtigste. Also, ich überleg noch, ob ich den... Den Metaos noch im Nachhinein mache. Würde es euch so großartig was ausmachen, aber... Kann ich sowieso nicht fragen, weil... Äh... Weil's ja so ist, dass... Ähm... Dass... Wie heißt das nochmal? Ähm... Dass das Let's Player sowieso im Voraus aufgenommen wird. Also, warum fragt ihr euch eigentlich das alles? Also, es ist... Ich denk schon noch mit. Also, so dumm bin ich nun auch wieder nicht. Und das Ding ist halt so ein Taucher. Aber... Wir machen trotzdem Schaden. Und warum ist hier PG-Rive-X wieder vorne? Ich versteh's nicht. Ich versteh es einfach nicht. Schießt auf meinen Schädel. Ich mach's mir selbst nur zu kompliziert. Ja, ich glaub schon, dass ich den... Dass ich den Metaos erst nachhole. Ja, aber das muss ich alles überlegen. Und ich muss mir das alles... So schlimm ist das auch wieder nicht. Ich werd schon was... Ich werd mir schon was überlegen. Ich werd schon was... Ich werd mir schon was ausdenken, wie ich das zu regeln habe. Entschuldigt, wenn ich jetzt etwas laut werde, aber... Das ist nun mal so. Ja... Yonago-Beere. Sehr schön. Warum? Ach ja, weil wir ja... Ach, immer noch CG-Rive-X vorne haben. Das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Ach, Fluchtgescheinert. Komm, kill mich. Kann der mal ein bisschen beschleunigen? Oh, wir sind entkommen. Ein großer... Erfolg. Das muss man beinahe schon Erfolg nennen. So, jetzt nichts mehr da. Mit... Ähm... Ich weiß, ich nehm das alles viel zu ernst, aber... Es regt mich nur so auf. Ja, Schützer nicht verwechseln mit Schutz. Damit kann man... Ähm... Rino... Rihorn oder... Rihorn oder... Äh... Oder... Wie kann man damit entwickeln? Die Weiterentwicklung von Rihorn kann man damit zu Rino... Rihornio... Ja, Rihornio heißt das Ding. Entwickeln. Also es gibt Rihorn... Ja, Rizeros kann man damit zu Rihornio entwickeln. Stellt euch vor, das weiß ich. Darum muss ja dann auch der schreiende Ernte sein. Ausgerechnet da ist der schreiende Ernte dann. Oder? Hitzekoller, wie viel von den Dingern haben wir eigentlich schon von TMs? Haben wir die eigentlich lückenlos? Mittlerweile? Äh... Also wir haben... 0,1, 0,2... 0,3 würde uns fehlen... 5, 10... Also wir haben dann doch noch ganz schön viele Lücken dafür, dass wir so viele gefunden haben. Ja, hier kann doch noch gar nicht mehr schreiende Ernte sein. Ich glaube, hier ist er auch noch nicht der Weiße. Aber ich weiß ganz genau, dass bei einer anderen... Ja, da ist er noch nicht. Dass bei einer anderen, ähm, Kaskadenstelle der letzte Weiße ist. Also kommen wir gar... Ja, ohne irgendwie was anzukriegen und trotzdem können wir den Wasserfall nur mit Kaskade... Ja, damit wir schön abgefedert sind. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Warum frage ich dann? Ist da unten nicht noch irgendwas? Haben wir da noch irgendwas vergessen? Also man kann... ...Wasserfälle nur mit Kaskade hoch und auch nur mit Kaskade wieder runter... Ähm... Und damit hätten wir Route 11 abgeschlossen. Und sind nun bei der Dorfbrücke. Es sieht zwar nicht danach aus, aber man kann auch hier einige Kämpfe bestreiten... ...und unter anderem musikalische Elemente einfügen. Babak macht zum Beispiel hier den Beat. Oder... Ja, wie heißt der eigentlich? Ja, Babak. Heute will es einfach nichts werden, das Mikrofon ist kaputt. Meine Stimme ist sonst der reinste Engelsgesang. Jetzt kommt die Gitarre hinzu. Ja, das habe ich aber getauscht. Ja, Leute, ich würde mal sagen, was wir hier alles machen. Hier ist übrigens ein Getränkautomat. Erfahrt im nächsten Fall, Leute. Ich muss mich erst mal abregen. Ciao.